Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Halimas Mann ist tot. Sie haben ihn draußen erschossen. Auf dem Parkplatz. Im Moment können wir nichts tun. Erst wenn es dunkel wird. Aber Halima wird sicher nicht so lange warten wollen. Du wirst ihr nichts sagen. Sie darf es nicht erfahren. Hast du mich verstanden? Wieso schaust du da raus? Mama! Willkommen mit. Pass auf. Vater, ja, Alia! Aus diesem Zuhause wird mich niemand vertreiben. Niemand. Verstehst du das? Was wollen Sie? Ich muss mit dir reden. Es geht um deinen Mann. Und das sagst du mir erst jetzt? Lass mich los! Sie sind eine tapfere Frau. Wir sind alle tapfer. Du auch, Halima. Und in Zukunft noch mehr. Ich bin nur sie. Ich bin nur sie. Untertitelung des ZDF, 2020